Zeitdruck hinter seiner Armut! Ratsch! 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 Ah, ok. Was wir auch alles an Schüssen aushalten, ey, das ist schon echt beeindruckend. Geh weg, geh weg! Ich will nicht mit dir spielen! Sie sind in der Ruhe! Voll cool, ey! Pfff! Och, man! Also mit so einer schönen... ...Gun kriegt man die schon echt? Down! Gun! Down! Down Gun! Ratsch! Ratsch! Wurde! Da wir nicht machen, was wir mal wollen! Du hast nur gefehlte, was ihr wollt! Ich will nicht, was ihr wollt. Ich wusste nicht, dass meine Arschbacken Knochen haben, die brechen können. Wir haben in einen riesengroßen Raumschiffkreuzer geflogen, wir waren auch halb betrunken, dann haben wir eine richtig geile Heitsche bekommen und dann haben wir das halbe Volk hier auf diesem Planeten ausgelöscht und dann hat uns irgend so ein komisches Riesenrad verfolgt. Also was jetzt noch alles auf uns zukommt, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich hoffe, es bleibt noch so spannend, ehrlich. Dann würde ich mal sagen, wir spielen weiter. Wir müssen klettern, das Ding hängt nur noch an der Arsch. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Anstrengend. Das Brückenkabel sieht aus, als wäre es stabil genug. Das denkst aber auch nur du. Ischi, willst du nicht vor? Komm schon. Ischi, geh mal vor. Geh mal. Scheiße. Penner. Äh, ja. Scheiße. Wuiiii. Heiß, heiß, heiß. Haha. Ah, herrlich. Sehr gut. Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Gott holen wir ja nicht. Nichts. Man, ihr labert immer viel zu viel, die beiden. So. Wie viele Punkte haben wir überhaupt? Och. Doch, ganz schön viel. Ich würde mal sagen, dass wir uns ein bisschen Munition kaufen. Und... Ladungen würde ich mal auch alles voll machen. Und dann könnten wir auch gleich das Upgrade machen. Oh, gleich drei. Super. Kann man jetzt auch was bei der... Oh, noch nicht verfügbar. Scheiße. Egal. Egal. Wird schon. Ach, jetzt kann es wieder vorgehen. Oh, jetzt ist wirklich ein bisschen mehr Grün hier auf der... Landschaft. Sehr schön. Gefällt mir. Oh, Ekel-Alarm. Jiii. Na, kommt hier. Hallo. Wie... Wie zu schnell. Komm doch mal her. Ich war's verpasst. Huch. Nice. Was ist das denn? Verwende... Runterscrollen und hochscrollen, um die Waffen durchzuschalten. Oh, ich glaube, das kennt man aus anderen Shootern, oder? Okay, weiter geht's. Es kommen bestimmt noch irgendwelche Monster. Ich hoffe es auf jeden Fall. Boom. Scheiße. Ach, die Palsche genau, die habe ich ja auch noch. Scheiße. Woher ist das? Woher ist das? Oh, das guidiert es? Oh, das funktioniert mal! Oh, das ist für mich. Oh, das geht auch mal! Oh, das ist für mich. Oh, es machtanne. Hihi! Nachbrenner! Der Hubsrauber von diesem Penner ist beschädig! Er kommt runter! Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Vogel wieder flott und können damit verschwinden! Bist du jetzt glücklich? Ja! Viel verdronenlos, das ist scheiße! Wie? Scheiße! Dark Blood! Selber Dark Blood! Oh Gott! Wir haben dem gar nichts getan! Oder wir ihn! Ach man! Hui! Hammer! Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern! Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden! Hallo! 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 Echow! 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 Hui! Echow! Vielleicht kann man dann rutschen! Man kann bestimmt auch bergauf rutschen! Also das wäre ja auch witzig! Kannst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich nur in einem endlosen Kampf um die Kreis von meinem eigenen Stand zu behalten! Echow! 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 Links! Äh, links! Jetzt rechts! So! Rechts! Anstrengend, ey! Echow! Wie eklig! Echt? Na, was? Was genau sehen wir hier vor uns? Ich würde sagen, ein Nest. Dann hoffen wir mal, dass sich die Mama irgendwo anders verkrochen hat. Der einzige Weg hier raus führt mitten da durch. Ich kann mir gut vorstellen, was kommen wird. Aber ich sag mal lieber nix. Könnt ihr euch wahrscheinlich auch selber denken. Ich war lieber Muni. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts oder links? Rechts oder links? Links. Ich bin mir links orientiert. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht. 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 Die muss es doch irgendwo ne Mama geben. Hier geht's nicht weiter. Also doch mehr rechts. Okay, das war die Mama. Los Ichi. Och du Scheiße. Fuck. Ich seh gar nix. Wie rüber. Fuck, 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 fuck. Ich seh gar nix. Fuck, 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 fuck. Och nee. Also jetzt Endgegner. Fuck. Ich hab nicht so viele Ausdrücke sagen, ey. Ist nicht gut. Oh, die Anzeige macht ihn aber auch nervös. Komm schon. Ichi, bist du noch da? Ja. Boah. 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 Das war's doch, oder? Das war's doch, oder? Mach ihn ne Technikfreak. Ist das Ding jetzt rot? Gut.